www.williams-eventing.de Der Vielseitigkeitsausrüster aus Bayern hat 24 Stunden geöffnet. Im Internetshop. Aber für Williams steht Svenja Williams und die gibt es im richtigen Leben. Die aktive Vielseitigkeitsreiterin Svenja Williams hat sich inzwischen zur Spezialistin für alle Fragen rund um Sicherheits- und Airbagwesten entwickelt. In ihrem neuen Laden sorgt sie persönlich für umfassende Beratung. Direkt an der Frau und am Mann. Was heißt neuer Laden? Williams ist umgezogen und zwar aus der Innenstadt des bayerischen Kurortes Bad Wörershofen, näher ins Grüne. Am Kremlbach 12 lautet die neue Adresse. Nur wenige Kilometer von der Autobahn A96 entfernt, ausfahrt Bad Wörershofen. Williams ist Spezialausrüster für Vielseitigkeit. Sicherheitshelme, die die Bezeichnung verdienen. Helmüberzüge in vernünftiger Qualität, die man sich aufwendig in England beschaffen müsste. Messräder, Eventinguhren, Geländegamaschen. Alle Buschreiter-Utensilien gibt es in großer Auswahl im neuen Williams-Laden. Williams heißt nicht umsonst Horse & Wear. Hochwertige Bekleidung rund um den Reitsport und das Pferd prägendes Sortiment. Nach dem Motto, wer mit Billigprodukten an der Ausrüstung spart, wirft Geld zum Fenster hinaus. Der helle und freundliche Shop in Bad Wörershofen ist montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr und mittwochs und samstags von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Wer es in der Zeit nicht schafft, der trifft Svenja Williams an ihrem Humbi bei den Turnieren, zum Beispiel in Kreuth, in Radolfzell und in Marbach.